Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Das schwarze Auge Satinavs Ketten Und wir haben eigentlich Mist gebaut Wir müssen einfach mal hier ein bisschen nachgucken Was gibt da drin? Tatsächlich, eines von Eugier's Messing-Eichenblittern Mal sehen, was dem Schwätzer dazu einfällt Vielleicht können wir es ja tauschen Ach ja, übrigens, der Rimni ist auch da Entschuldigung, Leute So ein bisschen nebenbei, bin ich schon nebenbei eingeschlafen Sehr spannend Hi Leute So, wir reden mal direkt Bezug auf sein Eichenblatt Versuchen wir es mal Ob der sich auf den Handel einlässt Okay, wir haben... Hau bloß! Wir haben die Eichenblätter zusammen Herrlich, diese Penner Naja Zwei? Beide Kupfer heizt, oder wie? Äh, ja, ja, beide Kupfer Das passt Aber... Er hat uns ja nur eins abgenommen Wir haben ja schon zwei gehabt Aber wo sind denn die restlichen? Ich grad selber ein bisschen... Hey, warte mal In deinem... In dem Bett liegt doch noch was Sehe ich da gerade Ich seh's auch gerade am Kopfkissen, genau Aber ich guck mich trotzdem mal hier nach oben Machen wir mal kurz Oh, Sport Tür wieder zu Sonst zieht's Und hier liegen ja zwei, genau Machen die Wohlen schon da gelegen? Ich hab auch gedacht, ich hab die aus der Kiste mitgenommen gehabt Ich habe alle vier Jetzt schnell zum Haushofmeister Okay Okay Was? Vorschrört Das waren jetzt auch zwei, oder? Also hast du jetzt alle vier Alle vier, ja, ja Das waren zwei Ich geh aber trotzdem erstmal noch mal auf den Markt zurück Weil ich will meine Magie ein bisschen trainieren Wie ging denn das jetzt noch mal? Was? Warum? Nein, Vogelfänger! Ich stand doch nicht mal in der Nähe! Lass gute Bier! Ich bin falsch abgebogen. Ja, bin ich. Macht nix. Geht's hier weiter zu dem? Wie hast du das jetzt eigentlich gemacht mit der Magie? Das kannst du einzeln anwählen. Das ist, äh... Guck mal auf meine Maus. Da ist hier diesen Item-Anzeiger. Und den kann ich mit dem Mausrad durchscrollen. Und das ist im Prinzip die Zerdepper-Magie. Zerdepper-Magie, okay. Mal sehen, ob das beim Lostoppt auch geht. Da war gerade nur dieses Funkeln in deinen Augen. Äh, sie merkt es. Sie kommt uns da auf die Schliche. Na gut. Dann hoffe ich mal, dass es hier zum Hochmeister geht. Zum Hausmeister Krause. Hausmeister, genau. Ah, da ist er ja. Der Nervensegen-Typ. Alles für den Dackel, alles für den Club. Du schon wieder? Genau. So, ich würde sagen, wir haben zwei. Aber ich habe alle vier Eichenblätter. Was? Du? Zeig her. Hm. Hm. Tatsächlich. Jetzt sieht die ganze Färberbande, wer der Dumme war. Nicht so schnell. Eine Aufgabe steht dir noch bevor. Aber ich habe alle vier Blätter beisammen. Nimm diese Stadtbanner und hisse es vor den Toren der Burg. Oh je. Das riecht nach Schikane. Es ist ein Tribut an deine Stadt und an deinen König. Es zeigt deinen Stolz, Untertan des Andergaster Königshauses zu sein. Kinderspiel. Aha. Mal gucken, ob das ein Kinderspiel ist. Lass mich raten. Deshalb musst du dieses Wams wahrscheinlich anziehen. Sonst lassen sie mich nicht davor. Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Da haben wir noch einen Traviatempel. Im Augenblick habe ich dringlicheres zu tun, als zu beten. Aber hier ist doch das Ding schon. Mit der Kurbel. Kurbeln wir halt mal. Spiel damit nicht rum, Vogelfänger. Ich wollte damit nicht rumspielen. Andergaster Banner. Das gehört an die Querstange. Was für eine Querstange? Ja, ich raffe es jetzt auch nicht so richtig. Äh, ja. Warte mal. Direkt über deinem Kopf diese zwei grünen Kästchen. Ist das die Querstange? So, direkt über dem Kopf von Geron. Meinst du das da? Ist das da? Oder ist das am Haus dran? Das ist am Haus dran. Ach so, okay. Hm. Ich denke einfach mal, dass wir vor Stadtturm müssen. Ist das doch eigentlich hier? Verstehe ich jetzt nicht. Da wo der Priesteranwärter oder Magieranwärter war vielleicht. War so jetzt auch meine Intuition. Aber ich glaube, das ist verkehrt. Ich bin mir nicht sicher. Mal gucken. Hm. Nö, hm. Nö, das ist wirklich nur die Magierakademie. Okay. Stadtturm. Wo war denn der Stadtturm? Warst du da schon? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin auch der festen Überzeugung, wir stehen da bei dem Haushofmeister da vorm Stadtturm. Oder geht's da zum Schloss rein? Ich weiß es nicht. Dieses Undergast ist echt ein bisschen verwirrend. Naja, so mit 90 Grad Winkeln haben sie es da nicht so. Vielleicht müssen wir hier weiter runter. Ja. Unten. Geht das Bild hier noch weiter? Ne. Hm. Moment. Ähm. Kurbel und was ist das noch? Ah. Ah. Annenhalterung. Ja. Der Vogelfänger hat gewonnen. Das ist kein gutes Obel. Ja, kein. Die sind so abergläubisch. Du hast den Sieg in der Eichenblatt-Queste errungen. Wer hätte das gedacht? Um deine Ehrung zu empfangen, darfst du heute vor den König treten. Aber einer wie du wird nicht einfach so zum König vorgelassen. Höre mir also genau zu. Alles was ihr sagt, Meister Haushofverwalter. Königlicher Haushofmeister. Entschuldigt. Die erste Regel. Sprich nur, wenn du angesprochen wirst. Keinesfalls dem König ins Wort fallen. Oder mir. Und du gehst nicht weiter als sieben Schritte vor den Thron. Jawohl. Du weißt, wie viel sieben ist, ja? Sieben kommt nach der Sechs. Der König wird mit Königliche Hoheit oder Majestät angesprochen. Königliche Hoheit, so wird es gemacht. Bereite mir keine Schande. Ein falsches Benehmen und du bist die längste Zeit in Andergast gewesen. Dann bringen wir es jetzt hinter uns. Sind das auch genau sieben Schritte? Rapport. Die junge Königin von Nostria wird die kommenden Tage nicht vergessen, Majestät. Wurde die Garde aus der Rüstungskammer eingekleidet und ist endlich der Bote mit den Willkommensgrüßen entsendet. Nicht nur das, mein König. Feine Pasteten sind aus dem Albernischen eingetroffen. Sie munden vorzüglich. Und für das abendliche Gastspiel konnten wir endlich die Rolle des Schurken Murgol besetzen. Es ist der alte Buckeldorn, mein König. Eine interessante Wahl. Soll er aber die Königin nicht allzu schrecken? Wie ihr wünscht, mein König. Wer ist der junge Mann dort? Auch ein Schausteller? Majestät. Die Eichblatt-Queste der kleinen Tournai für das einfache Volk hat heute einen Sieger gefunden. Der junge Geron aus dem Lederer-Viertel. Übrigens hat der Haushofmeister eine furchtbare, furchtbare, furchtbare Stimme. Ah. Wir werden es mal wirklich formell halten, wie er uns das aufgetragen hat. Eure Majestät? Der Junge ist Zögling des Waldläufers Gwinling. Ist das wahr? Waldläufer ist immer gut. So ist es, Majestät. Der alte Gwinling. Ohne ihn müssten wir wohl noch heute den Seher fürchten. Majestät, vergesst nicht, dass... Er hat seine Schuld beglichen. Wie dem auch sei. Hiermit ernenne ich dich zum Sieger der Eichblatt-Queste, Geron. So sei es gesprochen und gesiegelt im 1889. Jahr der Unabhängigkeit. Mögest du Andergast stolz machen, Junge. Du kannst dich jetzt bedanken und erheben. Hab Dank für diese Ehre, euer Majestät. Deine Audienz ist beendet. Wartet. Sag, hast du das Jägerhandwerk von Gwinling gelernt, Geron? Bloß so eine kleine Anmerkung. Übrigens, ich weiß nicht, wie die Andergastische Rechnung umzurechnen ist auf... äh... äh... Bobarads Fall oder... Wie viel Zeitrechnung gibt's in Aventurien? Ja, da kennen wir jetzt leider auch nicht so aus. Also ich hab immer in meiner... ähm, meiner DSA-Gruppe nach Hall gerechnet. Mhm. Also wir haben irgendwo so immer in dem Zeitraum 10 nach Hall, 17 bis so 17 bis 20 nach Hall oder sowas selber gespielt. Äh, die, äh, die Umrechnung hab ich bis heute nicht kapiert. Hm. Wir antworten mal bescheiden, würde ich sagen. Einiges hat er mir wohl beigebracht, aber ich stehe noch ganz am Anfang. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Sagt von Neuendorf. Konnte inzwischen etwas gegen die Krähen im königlichen Gästegemach unternommen werden? Majestät, wir unternehmen alle Anstrengungen. Aber? Sie geben sich sehr hartnäckig, mein König. Wahrlich biestige Krähen. Das höre ich seit Tagen. Das Gesinde gibt sein Bestes. Nicht gut genug. Die nostrische Königin wäre beleidigt. Geron, wirst du mit ein paar Krähen fertig? Das sind Vögel wie alle anderen. Man lockt sie, casht sie, hat sie. Das ist ein Wort. Prost. Moment. Ich muss die neue Flasche aufmachen. Aber Majestät. Der ganze Hof ist in Aufruhr Neuendorf. Ihr könnt sicherlich eine helfende Hand gebrauchen. Natürlich, mein König. Ich frage nur, ihr wisst schon, was man über ihn sagt. Bleibt mir weg mit Volkes Aberglauben. Es ist beschlossen. Bringt den Jungen sofort in das verwüstete Gemach. Sehr wohl, mein König. Mach deine Sache gut, Geron, und wir sehen uns wieder. Andergasts Schicksal liegt in deinen Händen. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein König. Da hast übrigens gerade einen guten Soundeffekt abgeliefert. Da hast du mir ja was Schönes eingefroren. Das freut mich, das freut mich. Nee, du bringst uns Unglück. Ich werde mein Bestes geben. Die Krähen haben sich seit gestern hier eingenistet. Siehst ja, was sie hier angerichtet haben. In wenigen Tagen trifft die Königin von Nostria ein. Das hier ist das einzig angemessene Gemach für einen solchen Gast. War bestimmt ein hübsches Zimmer. Spare dir die frechen Worte. Ich habe Archivement. Oh, schön. Das hast du toll gemacht. König Effadans Gemahlin will keine schlechten Omen. Hörst du? Verstanden. Ich denke mir etwas aus. Und keine Diebesfinger. Das kann ich nicht versprechen. Gut, dann gucken wir uns doch mal um. Da wollte ich mir doch was sagen. Ich habe erst gedacht, die haben hier hingeschissen. Aber das ist bloß der zerrissene Vorhang vom Bett. Na, da schaut es aus. Der muss ein Vermögen wert sein. Na denn? Einkassieren. Weicher als mein Bett. Mal gucken, was wir hier alles haben. Das ist das Schlimmste. Verschüttelter Alkohol. Das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Da, Prost dann, ne? Ja, Prost. Damit die Gurken nicht verrost, sagt man bei uns. Okay, jetzt haben wir tatsächlich einen Kerzenständer geklaut. Mal gucken, was er über die Krähe sagt. Wir haben doch das Netz dabei. Es könnte so einfach sein, wenn Vögel nicht wegfliegen würden. Es ist doch... Ach, da ist noch eine. Drei Stück. Ja, eine auf dem Bett, eine hier auf dem Kamin Simps, und eine ganz da oben, ja. Ich habe noch gar nicht gesehen. Der hat sich so gut getan. Hirschkopf. Der wird noch jemanden erschlagen, so locker wie er ist. Der wird noch jemanden erschlagen, so locker wie er ist. Den kann man doch bestimmt mitnehmen. Der kann windlings ausgestopfte Eule nicht mithalten. Ja, Laszlo zum Beispiel, der würde einfach alles mitnehmen. Da wäre gar nichts mehr im Zimmer. Ja, das ist aber... Ich muss aber mal sagen, bei den Spielen, die der Laszlo zockt, da mache ich das auch nicht anders. Ich meine, der Laszlo spielt ja hauptsächlich Gothic, und wo ich Arcania gespielt habe, ich weiß, Schande über mein Haupt, dass ich das vergleiche. Aber da habe ich auch alles mitgehen lassen. Ja, wenn es geht, dann macht das schon Spaß. Und ich sage mal ganz ehrlich, bei Skyrim bist du bestimmt auch nicht gerade der, der alles liegen lässt, oder? Ja, gut, ich bin jetzt kein Laszlo, das ist jetzt Taschendiebstahl. Taschendiebstahl ist mir wurscht, aber sonst alles, was rumliegt und noch tragbar ist, wird mitgenommen. Das schon, ja. Aber nicht jeder beklaut, so wie ein Tragengesang. Das war schon, ja, Klassiker. Also da scheint auch nicht viel mehr zu gehen. Das macht mich ein bisschen stutzig hier unten, dieser Verhau. Aber bis jetzt sehe ich da noch nicht irgendwie, dass wir die direkt loswerden können. Aber wir haben den Kerzenhalter zumindest mal geklaut, das ist doch schon mal... Der ist bestimmt aus Silber, da können wir uns eigentlich in Aventurien tatsächlich zur Ruhe setzen mit. Wo kannst du denn den Kränen an den Kopf schmeißen? Ich kann ja mal versuchen, die wegzufuchteln mit dem G-Stock. Nur fang nicht töten. Ah. Brav. Brav. Sehr guter Mann. Dann, hm, kann ich irgendwie die Falle schaffen. Mögen die vielleicht die Eicheln? Kein geeigneter Köder. Ne. Ähm. Definitiv. Nicht. Pfeil. Pfeil rüber. Im Menü. Rüber? Über was? Ja. Pass doch den Pfeil neben dem G-Stock. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Platz ist dann. Ah. Tatsache. Ich hab mich schon gewundert, wo die Gegenstände sind. Dann setzen wir doch mal das Tauben, Alter. Ein Fällefänger braucht zwei Dinge. Die richtige Falle und den passenden Köder. Dann setz ihn nochmal ein. So. Ah. Du hörst das jetzt zwar gerade nicht, aber die Melodie und gerade die Szenerie hat mich gerade tierisch an Resident Evil 1 erinnert. Oh. Übrigens auch an den Krähenraum. Hm. Ja, Resident Evil und seine Krähen. Stimmt. Da war ja was. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst noch, ob dich daran noch erinnerst an das Bilderrätsel, wo die Krähen oben sitzen und du die Bilder in richtige Reihenfolge drücken musst bei Resident Evil. Äh, nie. Ich und mich an irgendwas erinnern. Oh, sorry. Da kam zumindest die gleiche Melodie und wir haben jetzt einen ziemlich, ziemlich schweren... Kein Wunder, dass der Hirsch heruntergefallen ist. Hirschkopf auch noch. Äh, die Heiterung ist ganz... Der hat den jetzt mitgenommen. Echt jetzt. Ja, der hat jetzt den Hirschkopf hier mit dem Menü drin. Irgendwo. Da ist er. Morgen hätte sich den bestimmt wieder in den BH reingeschoben. Ein super Spiel. Also muss ich echt sagen. Auch wenn es nicht von Dennerlich war. Können wir jetzt schon wieder raus? Ne. Hm. Du musst ja jetzt die anderen, oder? Die anderen fangen. So ein riesiger Kamin. In der Burg soll es gehangen gehen. Aber wie? Der eine Vogel ist ja jetzt in der Falle, oder? Dann werde ich herausfinden, ob das eine davon ist. Aber erst kümmere ich mich um die Krähen. Die eine haben wir gefangen, aber nützt das. Hm. Äh, ach du hast da noch ein Netz, oder? Ganz schön. Vielleicht, genau. Wollte ich nämlich auch grad probieren, ob man die da jetzt einfach in das Netz vielleicht eintüten kann. Das ist gut, aber ich muss das Netz irgendwo aufspannen. Ah. Ja, das, das, das Mauer am Haken hier. Ich sollte erst einmal den Hirsch wieder aufhängen. Was? Was? Warum? Ich locke die Krähen in den Herzen und fange das Netz davor. Dann fliegen sie durch den Schacht und durchs Fenster wieder hinein. Ähm. An, an den Hirschen beschäftigen, äh, beschäftigen, äh, befestigen, vielleicht. Ich weiß nicht, ob der da jetzt noch hält. Hm. Aber ich probier's mal. Bist du noch da? Boah, locker mit einer Hand. Sehr souverän. Vielleicht kann ich jetzt am Geweih das Netz aufhängen. Mhm. Aber halt da noch ein Köder. Ja. Ich hänge das Netz an seinem Geweih auf. Ah. Aber wo verknote ich es unten? Äh. Äh. Ich locke die Krähen in den Kamin und spanne das Netz davor. Dann fliegen sie durch den Schacht und durchs Fenster wieder hinein. Machen wir das Fenster zu jung. Ah. Boah, ganz schön umständlich die Falle. Besser nicht. Sechs Arme. Nicht schlecht um ein Netz aufzuspannen. Aber was nützt mir das hier? Hm. Ich bin da schon auf dem richtigen Trichter. Der sah da im, im, im Fensterbrett kleiner aus. Hm. Alles klar. Ich hab, ich hab Plan. Ich hab Plan. Pass auf. Seit wann? Haha. Spaß. So. Jetzt haben wir ein Netz gespannt. Ganz toll. Ein Kunstwerk. Super. Und jetzt kann ich vielleicht sogar die gefangene Krähe da schon reinsetzen. Äh. Toll, eine ist immer noch über. Oh. Das sieht nicht so gut aus, was wir da gemacht haben. Naja, das ist doch wieder Resident Evil. Ich muss eh sagen, das hat eine ziemlich düstere Atmosphäre, das Spiel. Du. Du. Du bringst das an mich. Habe ich es mir doch gedacht. Was? Wo bin ich? Die Hinrichtung. Der Seher. Schweig. Keine schlimmen Omen. Und ich habe auch noch beim König ein gutes Wort für dich eingelegt. Was soll sie mal nicht auflegen? Was ist passiert? Ich weiß, was passieren wird. Bis zur sechsten Abendstunde fängst du die Krähen ein. Oder du kommst an den Pranger. Die Krähen. Richtig. Das hat wohl nicht geklappt. Deine Sanduhr rieselt, Vogelfänger. Bis zur sechsten Abendstunde. Das ist ein guter Tipp. Ich wollte sowieso wieder in die Werkstatt zurück. Und mal gucken, ob Gwinlin vielleicht schon den Käfig wieder repariert hat. Und vielleicht findest du noch diese Falle, was das war. Allerdings muss ich mal sagen, das finden wir raus erst wieder im nächsten Part, Leute. Weil ist schon wieder soweit. Zeit vergeht beim Aufnehmen, ne? Das ist Wahnsinn. Ohne Ende. Und Sache an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht euch gut. Ciao. Servus.